Willkommen zur Themenvorschau von Frequent Traveller TV und heute haben wir besonders viele Themen für euch frisch gepresst. Und zwar geht es um 19 Uhr los mit folgenden Themen. Ein Student, der in Los Angeles lebt, pendelt mit dem Flugzeug zur UC Berkeley. Ja, das ist San Francisco. Da muss man sich natürlich fragen, warum macht er das? Gehen wir heute in der Sendung darauf ein. Eine Fluggesellschaft honoriert das mit einem Graduation-Geschenk. Auch die Frage des Tages hat natürlich damit zu tun und die könnt ihr auch vielleicht schon vorher beantworten. Ist das der Traum von einem Viehflieger, dass man quasi der Pendler ist mit dem Flugzeug? Was haltet ihr von dieser Art des Handelns? Ist das alles sinnvoll oder sagt ihr, nee, es bekloppt nur um eine zweite Wohnung zu vermeiden? Mehr dazu heute Abend um 19 Uhr. KLM-Mitarbeiter fürchten um ihren Arbeitsplatz. Nachdem die Regierung in Amsterdam, nee, eigentlich ist es ja quasi Den Haag, glaube ich, ne? Amsterdam ist ja quasi nur der Flughafen. Und zwar ist das so, dass man dort festgestellt hat, dass Amsterdam weniger Flugbewegung haben darf und das Gericht hat gesagt, das ist okay. Damit sind natürlich Arbeitsplätze in Gefahr. Lufthansa A380er können auch ab Frankfurt fliegen, was mir persönlich nicht bekannt war, warum die 380er alle nach München gegangen sind. Hatte was mit der Flotte zu tun, da hat die Lufthansa aufgeräumt. Dann für alle Kunden von uns, die eine amerikanische Kreditkarte haben und unseren Service nutzen, um in Amerika mehr Punkte, mehr Status und vor allem auch mehr Meilen zu bekommen, haben jetzt die Möglichkeit, einen Statusmatch mit Merrick Bonvoy zu bekommen über die Chase-Kreditkarte. Auch haben wir für euch einen Deal-Zone-Deal mit der Lufthansa in der Business Class ab Brüssel nach Hongkong. Das Ganze für 1.699 Euro und aufwärts. Seid heute Abend mit dabei bei Folge 198 2023 am 08.07. um 19 Uhr. Die Folge ist natürlich wie jeden Abend 19 Uhr pünktlich auf Frequent Traveller.TV. Also, kommentieren und so weiter, abonnieren, Like dalassen, auch für diese Sendung ein Like dalassen. Also, ich danke euch und bis heute Abend um 19 Uhr live. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.